So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Gong. Guckt euch das mal an, was eine schöne Winterlandschaft in Hibuhausen. Ihr kennt es nicht anders. Guckt euch das mal an, was für ein schöner zugefrorener Teich und guckt mal so ein schöner stehen gelassener Robin. Hallo Robin. Hallo. Man kennt dich noch aus Folgen wie, gib mir deinen shiny Lavados Bruder und dann plötzlich so, ach so, Flunkkiefer wollte ich ja. Und habe dir Lavados gegeben. Und dann musste ich 80.000 bezahlen, wegen dir, du Lümmel du. Und dabei habe ich Flunkkiefer danach eh bekommen. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier im Wildgehege. Ich fahre gerade so, ich lauf. Ich lauf gerade so hier hoch und da sehe ich ihn. Und dann habe ich gedacht, ach komm, hab noch auf die Schulter gepackt und mitgenommen. Oh, jetzt sehe ich bin gar nicht hier drin. Für 9 Uhr haben wir den Raid angesetzt. Jetzt will ich euch ganz kurz mal zeigen. Wenn wir alles eingeladen haben, zum Community-Raid. Ihr wisst, wie ich das immer mache. Ich poste das in meinen Community-Tab und die ersten 10 werden dann eingeladen. Und wenn ich die geedit habe, dann kriegen die ein Herz. Ja. Und es steht auch extra dabei, wer einlädt. Nämlich Ivar Mild und Ivar Pekan. Das bringt also nichts, wenn ihr schreibt, ja, ich sind ja befreundet. Ich lade ja mit diesen zwei ein. Bulle Zockt hat sich eingetragen. Daner hat sich eingetragen. Genaya, The Tiger King. Ivar Schaaf 1. Grüße gehen raus an Hannes. Dann Malov hat sich eingetragen. Rudi Russelix. Der Skinny Tobias Jan hat noch so ein... Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht will er mich nur ärgern. Der hat ja gestern Abend bestimmt schon 20 Raids gemacht. Wozu muss ich den einladen? Der kommt doch selber klar. Dann Fabian Niko hat sein Trainercode nicht geschrieben. Den hat er zwar dran oben drüber geschrieben, aber trotzdem, das ist aber nicht erlaubt. Nein, aber wir haben den zehnten dann schon gehabt. Und zwar war das der Stefan Landei. Und so sieht das dann aus. Weil eben alles zugeschneit ist und man gar nichts machen kann, nimmt man sich natürlich... Jeder normale Pokémon-Spieler hat immer so eine... Wie heißt das? Abdeckplane. Eine Abdeckplane dabei. Ist das nicht einfach ein... Scheiden-Bing, genau. Guck mal, da ist ein Jogger. Also den sieht man nicht so. Vielleicht soll ich sowieso den nicht filmen. Auf jeden Fall läuft er, wenn er hier unten ist. Warte. Auf jeden Fall ist es gleich um neun. Noch vier Minuten. Noch vier Minuten, dann geht der Raid auf. Dann machen wir den. Aber was wir dazu noch brauchen ist natürlich die GoTool App. Weißt du den 100er Wert auswendig? Nein. Guck mal, der Robin hat ein überfahrenes Tier auf dem Kopf. Nein. Das ist wohl vor das Auto gelaufen. Auf den Weg hier hoch. Wir gucken mal kurz. Stufe 5 Rates. Ich empfehle immer noch die GoTool App. Außer ihr habt iOS, dann könnt ihr die gar nicht nutzen. Und hier steht drin Geurem und das 100er hat 20,42. Merkst du dir das? Ja. Mit Wetterboost 25,53. Wettergeboostet ist es bei Schnee und bei Wind. Was haben wir jetzt für Wetter? Wir gucken mal kurz, was wir am Nebel... Oh. Das sieht mir aus. Seht ihr den ganzen Nebel überall hier? Überall der Nebel auf dem Boden. Gut. Wir packen euch jetzt auf jeden Fall da hin. Übrigens kann man glaube ich die Pokebox jetzt auch erweitern. Von 3500 auf 4000. Wir können das ja mal ausprobieren. Indem wir auf den Shop gehen. Ja, 450. Das ist ja 4050, wenn man es in die Länge zieht. Und du kommst klar wieder in Platz, ja? Nein. Ja, dann erweitert doch ohne Geld. Pokemon Aufbewahrung genau steht jetzt da. Zack. Können da kaufen. Kauft es unendlich. Itemplatz geht nicht, aber Pokemon Aufbewahrung gönnen wir uns einfach. Warum auch immer. Nur weil man es gönnen kann. Eigentlich brauche ich es gar nicht, weil ich bin ja die ganze Zeit mit dem Platz hingekommen. Aber kauf mal einfach 100 Mal. Macht das auch, wenn ihr Coins habt oder so. Beziehungsweise wie hoch ist eure Pokemon Aufbewahrung momentan? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja nur 100 und kommt damit hin. Weil ihr einfach nur 100% Mutus aufhebt. Und weil ihr keinen habt, schmeißt ihr alles weg. Das wäre auch eine Lösung für das Ganze. Ihr seht, die Spannung steigt. Noch zwei Minuten. Jetzt ist es voll. Wir gucken nochmal kurz rein. 3.400 von 4.000. Das ist aber schön. Ihr seht, ich war immer an der 3.500er Grenze. Ich lege euch jetzt hin. Fange hier ein Pokemon in der Überblendung und dann melden wir uns zurück. Werden wir die Leute einladen. Und Stefan Landai hat noch gesagt. Ramses, zieh dir diesmal eine lange Hose an. Er macht sich ja nur Sorgen. Wird nicht passieren. Ich sage es euch. So, wir haben euch jetzt mal hier abgestellt. Guckt hier. Zack. Kotze Hose am Start. Extra von Stefan Landai, dass der Bescheid weiß. Vielleicht habe ich die auch nur so weit hochgezogen. Wir gehen jetzt hier gleich. Robin, der wartet natürlich, weil er freundlich ist. Wir müssen nämlich auf den iPhones wieder einladen, weil die iPhones am flüssigsten sind. Nicht, dass ihr euch wundert. Nein, das stimmt absolut nicht. Bei mir. Von allen, die ich hier habe, sind die bei mir am flüssigsten. Mit beiden konnte ich gestern nicht mal ein Rate machen. Das hat mich mal rausgeschmissen. Ja, wer weiß, was du wieder loslässt. Aiva Schaf, Bulle Zock, Dana Genaya, The Tiger King, Landai, Tobias Jan, Skinny, Malov, Rudi, Russelix. Die sind auf jeden Fall alle fünf eingeladen. Die anderen Accounts sind auch drin in der Lobby. Jetzt kannst du rein. Das Gute ist also, sechs Accounts bin ich. Zehn werden eingeladen. Das müssten dann also 16 sein, wenn alle reinkommen. Und wenn der Robin noch reinkommt, dann müssten das 17 sein. Mal gucken, ob es alle schaffen. Wir melden uns gleich, wenn der Raid losgeht. Ach, wir bleiben einfach da. Ihr könnt nämlich schon mal gucken. Wer alles drin ist. So lange hängen wir uns hier drauf auf unsere, wie hieß es? Abdeckplane. Auf die Abdeckplane. Plane, das ist doch viel zu dick. Ich weiß nicht schon 15. Ja, wen sehen wir denn hier? Wer hat es denn? Der Aiva Schaf hat es auf jeden Fall reingeschafft. Der Tobias Jan hat es reingeschafft. Mild. Schenaya. Baffel. Landei. Preziabatula. Das ist der Robin. Folgt ihn mir auf Instagram. Das ist der Tiger King. Rudi Russelix. Der andere Skinny. Malauf. Also sie perfekt. Perfekte Runde. 17 Leute. Alle am Start. Ja, folgt ihm auf Instagram. Müsste aber nicht. Bis sie jetzt die, besitzt die Hanna. Die hat auch immer gesagt. Eyo, Hanna. Hashtag, hallo. Folgt mir auf Instagram. Dudeludel. Und dann ist er wieder rausgehüpft aus dem Bild. Und dann. Dann kamen Leute. Die wollten ja auf Instagram folgen. Und die hat die blockiert. Weil sie gesagt, ich kenne euch nicht. Wo ich mir denke, warum? Ich mache Werbung. Und wenn mir dann wirklich jemand folgt, dann blockiere ich den oder lehnen ab. Ey. Was wollen die von mir so? Das soll auf jeden Fall. Grüße gehen raus. So. Wir machen den jetzt mal. Zu den Condern haben wir gar nichts gesagt. Äh. Conda singt glaube ich. Stahl. Wurde vorgeschlagen. Metacross sowas. Drache. Ja. Drache gegen Drache. Kampf auch. Bei den meisten hier hat es sowieso Machomei. Ich sage immer Machomei Armee am Start. Gönnt euch Machomei Armee, Despoda Armee. Die kommen so oft zum Einsatz. Natürlich hat es ja auch das Shiny Seat Day. Metacross auf dem großen, was ihr seht. Der Robin, der braucht ja keine Apps. Der weiß eh alles auswendig. Du bist schon so ein richtiger Pokemon Meister, oder? Ja. Weiß schon immer. Ich wollte erst Pokemon Nerd sagen, aber Meister klingt einfach krasser. Hast du dir jetzt auch den 100er Wert gemerkt? 20 irgendwas. 20, 42 war es glaube ich. Dürfte ja wie gesagt nicht, werde er geboostet sein. Hm. Dann leg mal die mal alle dahin. Ich hab keinen. Kann ich jetzt mal sagen. Hast du einen Shiny? Gibt es nicht. Gut. Hast du überhaupt schon ein Q-Ram? Oder ist es dann dein erstes? Ist mein erstes? Ist das dein erstes heute? Das war schon mal da. Deswegen bin ich ja traurig, dass sie es jetzt nicht als Shiny gemacht haben. 20, 50. Wenn sie es jetzt einen ganzen Monat bringen. Ohne irgendwas. Das kann ich mir heute drehen oder nicht? Wir haben 20, 35. Das kann man mal mitnehmen. 20, 10, 1985, 2007, 1984. Und auf dem großen. Dafür kann ich euch aber wieder rumdrehen. Auf dem großen haben wir jetzt kommt es. Ein... 1984. Natürlich wieder eins der schlechtesten. Nein, das war... Boah, was bringst du denn? Ich bin gar nicht gesprungen. Ich meine das Pokemon. Das war kurz. Da kam glaube ich Regiram und Zekrom und Kyurem. Alles so nacheinander. Das heißt, das ist sowieso noch nicht so lange her, als das da war. Aber vielleicht ist das ja ein Zeichen. Vielleicht bringen die ja das. Weil sie danach das Schwarze und das Weiße bringen. Stell dir mal vor. Dann würden die Leute das feiern. Vielleicht kann man die Bonbons von dem ja auch für die anderen verwenden. Dann würden die das als Recht feiern. Oder ich. Mein Bestes, was ich habe, ist ein 96er Lucky mit 15 Angriff. Das könnte man theoretisch hochziehen. Aber das ist ja jetzt ein Monat da. Da kann man ruhig auf das 100er warten. Außerdem ist heute Abend Raid Mania. Da ladet ihr fleißig ein. Hoffe ich. Und wir machen ganz viele. Und vielleicht ist da ja noch ein 100er dabei. Da werde ich heute Abend natürlich wieder fliehen. Und werde keins fangen. Ich fange nur das 100er. Alles andere lasse ich stehen. Da werden wieder alle ausrasten. Aber egal. So ist das halt beim Ramses. Die Sonderbombombs nehmen wir trotzdem mit. Wir können es auch kurz bewerten. Gucken uns das nochmal an. 10, 15, 10. Auengrund. Jetzt sind wir so weit, dass wir schon im Auengrund stehen. Das war es jetzt glaube ich von meiner Seite aus. Die anderen fange ich noch. Wie sieht es bei dir aus? Klappt es noch nicht. Lass mich. Gut, dann viel Spaß noch. Willst du noch ein paar letzte Worte sagen, bevor der endgültig gelöscht wird? Ich habe nur noch 5 Bälle. Dann habe ich da so nichts zu sagen. Ich gehe nachher duschen, dann ist die Frise weg. Okay. Die fällt dann ab. Ist sie allergisch gegen Wasser? Nein. Ein Tropfen Wasser fallen die Haare aus. Sieht es wie die Haare auf dem Kopf. Ich habe gestern mein Bart rasiert. Oh jetzt habe ich es gefangen. Jetzt ist aber alles. Ich habe gestern hier so Haare weggemacht. Wie viel hatte deins? Hast du es überhaupt gesagt? 2015. Besser als meins. Gut, das war es auf jeden Fall von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie fandet ihr den Robin? Ist er nicht sympathisch? So ein nicer Dude. Hat gestern erstmal Bußgeld bekommen. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Robin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. P-T-T-T-T. . Tschüss.